Okay, ich würde jetzt die Surfer hochfahren, Leute. Push the button. Load the preset. Ich mach wieder einen Typen. Ich mach jetzt auch so einen kleinen Dude, ey. Scheiß drauf. Guck mal, die Hände und Füße. JC, ich muss überlegen. Ab geht's. So, ich bin drauf. Okay, fahren, fahren, fahren. Tuff. Na ja, mein Herz ist die Spiegel aufhängen. Noob. Boah, ist das laut. Ja, die Musik kann man halt auch nicht ausmachen. Ich hab Musik ausgestellt, ey. So, und damit auch noch mal herzlich willkommen an YouTube. Sagt noch mal schnell Hallo für YouTube. Hallo. 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 Ruby, ist das Ruby? Natürlich ist es grad dunkel. Ich mach gleich eine Fackel, YouTube. Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Alles müssten eigentlich unsere Leute sein. So, herzlich willkommen auf dem Community-Server. 640 Slots, ähm, Beta-Community-Projekt mit 16 Surfern. Bitte was, 16 Maps. Ich zeig die Map dann später auch vielleicht mal. Ähm, auch jetzt mal an YouTube-Leute, die es verpasst haben. Ihr könnt alle noch choice, halt herzlich eingeladen, wenn ihr das Video seht. Ähm, ja. So. Jetzt konzentrieren, Leute. Wir sind die Company von Cidia Juggernaut. Cidia, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Bleib stehen. Willst du schon ein, oder was? Okay, Bugs leerladen. Oh, bitte. Mach du einfach. Ich lade ein, okay. Okay. Raus, raus. Oh, ich wollte das Schwein einladen. Umzickelt, Bebens umzickelt. So, Lutz, auch noch. Ich mach gleich eine Fackel, Leute. Oder ich mach dann Gamma hoch, oder so. Oh, das Schwein kann das mal... Nein, das... Ich bin dafür, dass wir das Schwein nehmen anstatt Lutz. Der kann bestimmt besser Mörser bauen. Äh, hast du angenommen, Lutz? Ja. Okay, Ryan, komm. Ja. Ich will Holz. So, 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 so. Oh, Tobi, vielen Dank. Okay, äh, weiterfahren. Ich hab noch keine fucking Steine gefunden. Was sind die Steine? Ja, wir müssen, glaube ich, raus aus der Stadt. Am Strand wahrscheinlich irgendwie, oder? Ich folge einfach Cidia, Cidia, weiß wo es lang geht. Hier geht's, glaube ich, raus. Mhm. Mhm. Oh, hier ist ne Burkwelle. Ja. Alter, das ist voll geil hier. Was geht ab? Guck. Ja, ne, das Holz. Seid ihr, wo führst du mich hin? Ich, äh, an dein Geheimort. Ah. Ey, was ist denn das für ein geiles Biom, Alter? Das hab ich ja noch nie gesehen. Sieht aus wie bei Wickelmann hier auch. Ja, Mann. Voll schön. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh nein. Naja, ist gut. Hast du Schaden gekriegt? Nö. Es war nur ein halber Meter. Mhm. Hab ich überlebt. Wow, Timi boxt mich. Es sind auch keine Steine, Cidia. Wir müssen ganz runter. Ich hab Steine ohne Ende, ja. Warte, ich spring mal runter und guck mal, ob es sicher ist, okay? Okay, guck mal. Äh. Ja. Du bist ins Wasser gesprungen, oder? Jawohl. Ja, das musst du ja sagen, Alter, weil ich springe, äh, guck ob es sicher ist und ich springe auf Land, weil ich denke, es ist sicher. Ja, das meine ich ja, dass ich ins Wasser, ob ich ins Wasser schaffe, ob es tief genug ist, oder? Hopp. Ah, das war knapp, aber ja. Sieht gut aus. Okay, alles cool. Nice to dir. So, hier sind, hier sind ein paar Steine. Hier find ich auch mal einen. Guck mal. Ah ne, die kann man nicht aufheben. Ja. Ich hau ein paar Steine. Ne, ich geh einfach auf. Geben mir nix. Das Flaschenpost. Ich, äh, Schatz. Ey, wie geil sieht das Biom hier bitte aus, Leute? Lächerlich. Wir brauchen ein Level. Wir brauchen ein Level, damit wir was bauen können. Ja. Ich bin schon Level. Warte mal. Lass'n Hase. Lass'n Hase killen. Der erste Punkt geht bei mir. Invade. Oder ne, in Stamina dann. Ah shit, ich kann gar nicht leveln. Lass'n Hase? Okay, okay, okay. Kann ich schon irgendwas craften? Ne, Moment. Ne, ich muss das Level machen. Stimmt. Doch, Mann ey, ich bin so gut mit dem Spiel. Promote mal am besten alle Spieler im Track. Warte. In der Kompedie. Oh, ich hab ein Level. Ähm. Hm. 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 Wird's schon bei euch drin? Ja. Der kann ich einladen. Ja. Wo warst denn du? Komm zu dir. Pim ist krank. Ja, deswegen kann sein, dass es ein bisschen anders klingt. Ich bin immer noch erkältet, aber die Stimme ist trotzdem deutlich besser. Ich bin da rein. Gibt gleich am besten einen anderen. Alter, wie lange dauert das Level denn? Ich hab mich verarschen. Ich bin sauer, ich glaub auf den Stein. Ähm, ich muss irgendwas kleines killen. Wollen wir den Vogel killen? Was schaffen wir? Ne, das wird nervig, oder? Muss noch annehmen. Okay, einfach weiter abbauen, Leute. Was ist das? Mit E? Ah, ein Alpha Huhn. Echt? Da ist ein Alpha Huhn, ja. Aber das ist, ne, das killt uns doch. Ja schon, aber dafür kriegen wir schnell XP. Lass du recht, so. Ich hab, ähm, lass doch vorwiegend so ne Waffe machen. Invade. So, und jetzt, äh, als erstes Basics. Und das hier. So, okay, Pickaxe kann ich machen. Raus hier, schnimm, schnimm, schnimm. Timmy, mein Bruder. Ich hab übrigens ne Schatzkarte gefunden, wo 350 Gold ist. Geil. Habt ihr irgendwo Steine gefunden? Ja, ja, unten, äh, am Strand. Boah, blieb überall Steine. Naja, in der Stadt halt nicht so wirklich. So, Leute, okay, Headshot machen. Ähm, ganz viele Spears. Da ist das, äh, Alpha. Warte mal, warte mal, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Bitte. Ist du schon Level 2? Ja, ähm, ich hab so eine Sperre... Ja, glaub ich nicht Level 2. Warum nicht? Warum sollte ich nicht Level 2 sein? Ne, 3. Ne, 3. Ne, 3. Ja, so muss Level 3 sein. Wie viel Skill kommt da? Ah, okay. Du kannst beides skillen. Ey. Nö, Alter. Guck mal, sie, die sind fast gleich groß. Ich hab mich nicht ganz winzig gemacht. So, warte mal, ähm, am besten Sperre... Lass dich reinwerfen oder so? Guck mal, meine Hände und Füße. Ja. Was ist damit? Ja, die sind übernatürlich groß. Das ist ja super witzig, sie dir. Mann, bist du lustig. Wollen wir dieses einfach Huhn machen? Ja, krass, ich bin, äh, gespawnt. Und bin komplett woanders gespawnt. Okay. Naikampf einfach drauf, ne? Wir werden wahrscheinlich sterben, aber... Ja, okay. Ich werfe einen Speer. Acht Schaden, das hat sich nicht gelohnt. Das Huhn macht ja gar nichts. Es haut ab! Nuh, Huhn! Okay. Oh nein! Wieso kann ich den... Okay, Mann. Scheiße! Ochse! Ah! Ah! Okay, das lief nicht so. Das ist ein scheiß Ochse. Aber ein bisschen XP müssen wir ja schon bekommen haben eigentlich. Headshot. Kann man schon mal ein bisschen Eros rüsten können, ey. Krass, wie viel Spaß das machen kann, wenn es gut läuft. Lutz hat ein Elefant gefunden, Level 23. Wollen wir den tame? Warte zu dir, ich mach mir neue Sperre. Ich komm gleich. Das Huhn, das hat doch nicht mehr viel. Manta hat mich gekillt. Ich seh... Ich seh den Manta. Also ich nen Manta überfahren. Ah, ich hab gleiche Level ab, Leute. Ich muss jetzt nur eins nochmal auf das Huhn hauen. Ich bin auch woanders gespawnt. Ja, das ist, wenn du einmal tot bist, dann spawnst du halt auf ne anderen Insel. Einfach nochmal killen und respawn, Zone. Ihr habt halt Homezone wahrscheinlich noch nicht ausgewählt, deswegen. Ne, das ist doch schon. Das ist auf dem gleichen Server, aber halt woanders. Achso, eine andere Insel oder was? Ja. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, fünf. Wenn ich an später denke. Hier ist auch schon ein anderer Spieler. Okay. Grüß. Oh, schon wieder falsch. Oh nein, ich hab kein Stamina mehr, ich noob. Eigentlich hab ich mir fest vorgenommen, drauf zu achten auf mein Stamina. Ich hab's gegessen. Dann sind wir es trotzdem noch ausschaffen. Oh Mann. Da ist das Huhn! Oh, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was gut macht, Chicken? Ich schaff's an Land, Leute. Alle Surfer komplett überlaufen, in sind voll. Ja gut, ich sag mal so, man kommt relativ schnell weg. Und die meisten werden versuchen, schnell von den Zonen wegzukommen. Das sollte man sehr schnell nachschauen können. Ist das auf ne anderen Insel? Nein, ich muss wegrennen. Was ist denn das so ne Scheiße, Alter hier. Aber ich hab schon Ende ab, Leute. Nice. Oh, hat rafting das. Ja, hat er doch gesagt. Oh, wie er zuhört, wenn der Huhn angreift. Ja, mach das, greift das an. Ja, mach das, greift das an. Richtig zu spawnen. Läuft immer noch mit daher, aber ich geb mein Bestes. Jetzt, jetzt, jetzt. Es ist auch noch nicht schlecht. Schnell ist weg. Oh Mann. Schließ. Schließ. So, ähm, ich hab keinen Plan, weil es jetzt war der Keeper. Wollte ich erst mal spielen vielleicht. Kein Plan. Ja. Ein Basic Swimming mach ich auch mal. Keine Ahnung. Okay, Campfire können wir auch schon mal machen. Ah, shit man. Auf zwei steht. Wie viel passen auf ein Rav drauf? Drei. 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 Drei Leute. Ich sag's, ich hab schon ein Bett. Wir machen uns. Du musst einen neuen Charakter machen. Brocken, wenn du möchtest. Ich hab's schon draufgepackt. Öh. Yeah. Nice. Das geht. Soll ich euch hier überbrechen? Das ist meine Beune. Okay. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh Mann. So, gut Leute. Ähm. Attach. Ja gut, ich mach mal langsam Richtung Hafen zurück. Geteilte Beute ist meine Beute. Die Totenkopfschädelinsel? Nee, ne? Auf eben schon drei Rafts, lol. Drei? Okay, eins brauchen wir noch, Leute. Was kommt ihr? Ihr seid woanders. Ja, ich glaub schon. Wir sind zwölf, oder? Wie viel sind wir denn jetzt? Spawn bei uns. Maulwurf'n. Du kannst bei uns spawnen. Nee. Ich hab nen neuen Charakter gemacht. Ich komm sofort. Was? Drei Rafts sind schon an Start. Oh, nice. Soll ich noch eins machen? Sehr schön. Jo, mach noch eins. Dann haben wir vier. What? Nice. Okay, wir haben genug. Wir können weg, Leute. Ähm. Ist auf jeden im Bett drauf? Je noch nicht. Naja, ich hab zu wenig High. Und Bett. Ich kann da noch 30 High droppen. Moment, ich muss Tetsch holen. Tetsch hätt's ja auch geben können. Ja, okay. Ich feier ja mega die Insel, muss ich sagen. Ey. Ist schon cool. Ja. Ich glaub unsere Insel, wo wir hinwollen, ist noch cooler. Ja, ich glaub auch. Ich hab die halt noch nicht gesehen. Aber, was ihr bisher erzählt habt, ja. Gut. Sehr gespannt. Übrigens, auch nochmal an Twitch. Ähm. André macht leider nicht mit. Der macht mal ne kleine, gönstlich mal ne kleine Pause. Ähm. Von daher werd ich wahrscheinlich, weil ich das auch mal gern machen würde, mal wieder den Basebau übernehmen. Zum Großteil. Es wird sehr interessant. Auf jeden Fall. Hab ich mich jetzt dafür angemeldet, dass ich dann die Basebau... Die muss groß werden. Ja. Endlich sogar ne Burg. Von dem Mann derselben Insel verdammt. Das war doch einfach beim Bett. Kann ich nicht. Ach so, du hast nen Charakter. Genau, genau, genau. Weißt du, bis auf der, ähm... Hättest du es aber nicht brauchen. Bis auf der Totenkopf insel? Ich bin da, wo der Totenkopf ist, aber ich töte mich grad wieder. Ne, warte, ich bin da. Kann ich glauben. Die Rafts brennen heute. Äh. Auf der Ehrbrücke? Bin schon tot. Ich hatte den Mammut schon geschlagen. Feuer. Okay. Sollen wir schon los mit einem Raft oder mit zwei? Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt alle los. Oder, ne, ne, ähm... Wer fehlt jetzt? Maunwurfen fehlt und wer noch? Ah, äh... Ich bin wieder da. Ja, ich bin hier. Also, da können wir drei Rafts schon mal los machen. Die, äh, drei Rafts vollladen mit drei Leuten und los geht. Ja, fahrt los. Wir können dann... Okay, ich bin jetzt hier bei Maun und Tim, äh, sie dir und wir starten jetzt einfach. Ja. Der Wind, der steht gut. Okay. Ich fasse hier aus. Soll ich steuern oder was? Alter, geht das schnell! Steuern du mal sie dir. Ich bin zu viel, zu viel fasziniert, wie schnell das geht. Keine Ahnung. Boah, noch rüber und lässt den das da stehen, oder? Nice. Ey, das ist das, was ich immer gesagt habe. Das Spiel ist eigentlich geil. Wir brauchen eine gute Performance. Juhu! Euer Raft ist überladen. Ja. Der Maunwurf ist schwer. Hm. Der hat zu viel Erde dabei. Bringt das was, wenn ich springe? Das ist heute eigentlich. Bringt das nix. Die haben es halt echt hingekriegt. Ähm, hat das bringt was? Ja, eigentlich ja, ne? Weil du verlierst ja Gewicht. Lass mal gleichzeitig springen. Achtung, auf drei. Seht ihr. Eins, zwei, drei. Wenn Tim hier und Maulwurfen gleichzeitig in der Luft sind, das wird nicht überladen. Lol. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Balken gleich drunter geht dann. Ja, 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 ja. Ist ja voll gut. Ab sofort wird nur noch gesprungen werden. Ey, da kannst du, da kannst du natürlich mit sechs Leuten auf dem Raft und wenn die immer abwechselnd springen, sind immer nur drei Leute drauf. Boah, voll die Taktik, Alter. Wenn wir eine Galeone haben und dann mit 100 Leuten einfach 50 immer abwechselnd springen. Das wird jetzt wieder übelst die Runde machen, ne? Ja, aber das ist ein lustiger Bug. Oder vielleicht, ist ja gar kein Bug. Das kommt bestimmt bald auf YouTube so als Tutorial. Ja. Gasterchiffe voraus. Ja, und Gasterchiffe greifen Rafts an wieder, ne? By the way. Mhm. Deswegen aufpassen. Guck mal, in welche Richtung sich das dreht. Ich spring trotzdem jetzt die ganze Zeit in der Hoffnung, dass wir noch schneller werden. Aber, ja. Ich hoffe, das dreht sich recht zu. Wenn ich irgendwann eine Galeone sehe, wo 50 Leute drauf sind und die alle springen, banne ich alle. Ja, ja. Ja, ja. Ich mach's dir gut, sie dir. Mach's dir gut. Ich verdusste gleich. Aber die Kiste nehm ich noch nicht. Ich schnapp sie dir, lol. Wann doch. Alle hopp. Ja. Fünf Goldmünzen, Leute. Nice. Und Ale. Nice, das kann ich trinken, denn der verdusste ich nicht. Au. Ich werde von Haaren gefressen. Au, sie dir. Ich mach's mal. Häh. Äh. Näh. Eil trinken. Oh, jetzt hab ich Alkohol getrunken. Ach du. Ach du geil, das sogar ein Effekt. Du bist so stärker. Du kriegst weniger Schar. Mh. Und aggessiv. Wom ich nicht aggessiv. Häh, ich nicht aggessiv. Ah shit, wir müssen gegen die Feier anmachen. Ich bin akkassiv von so ne Kiste, aber ich will das nicht, hab genug. Wieso? Naja, ich hab genau drauf zu. Naja, gut. Wow, ich hab nen small, fein small shipyard gefunden, äh Blueprint. Nein, Mann! Nicht lustig! Okay, kann weitergehen. Oh, ich hab mein erstes Lied gefunden. Und noch mehr, ey ey, ab geht's. Also wenn ich zwei trinke. Ach du Scheiße. Oh je, zwei trinken war keine gute Idee. Nicht mal abgeben, hier. Na gut, ich trinke eh nur Milch. Ist bei euch auf dem Raft alles in Ordnung? Weil als ich gerade gespawnt habe und ich in einem Wasser gehalten habe und irgendwo in einem Felsen gesteckt oder so. Okay läuft, ich mach... Alles gut. Ich mach Wasserskiloil. Wie ist das? Wie ist das? Voll geil. Anzeigefehler. Jaaaa! Jaaaa! Kann da dann wer anders in den Hafen schippern? Ja. Anscheinend noch ein bisschen Restalkohol im Blut. Aber okay. Von die Flaute, ey. Ja, aber wir sind gleich da. Wir sind wie früh noch losgefahren, sonst wären wir mitten in der Flaute gewesen. Ja, vor Gegenwinden. Kannst du das mal nehmen, Bax? Was? Ne, nicht gegen Wind, sondern... Lass mal liegen. Ein bisschen höher, oder? Ne, nicht Wind. Hm. Komm wieder durch, bestimmt, oder? Nicht bewegen, Bim, ja. Ich bleib still. Ich hab keine Zaun angezeigt. Könnten wir dann auf dem Kopf Mörser bauen? Sind wir jetzt aufgefahren? Ne, oder? Das verraten wir nicht. Doch, wir sind aufgefahren. Das ist nur so eine Idee, die ich da hätte. Shit, man. Äh, ist ein... Ist der Unsinn? Ich hab keinen Bock beim Anlegen jetzt schon wieder zu sterben. Das würde mich verärgern. Hm, da, da ist die Burg. Rechts, oder? Hm, den Hafen könntet ihr anfangen und die Burg so zu kleen. Ja Gott, nein! Würdet ihr die Fahne in die Burg setzen? Kann man da, wo die Fahne ist, Strukturen platzieren? Also auch über die Fahne drauf und so? Oder wie ist das? Oder gibt's da Collision? Oder gibt's da Collision? Gibt's dann keine Collision mit Strukturen, die man da bauen will? Hätten wir mal probieren, so ein Affen, oder? Ja. Ja. Boah, das sieht echt cool aus hier. Auf jeden, ey. Hab dein Stuff. Ich mag das Biom voll gerne. Jetzt schon. Das hat so ein bisschen Wikinger-Style irgendwie. Oh, wir haben sogar einen Hafen. Wir haben einen Hafen. Nice. Voll geil. Auch noch mal das Info. Das war relativ spontan gewesen. Und auf Maurenwurfen und Bugs hatten das vorgeschlagen. Was für eine gute Idee ist, wir haben die ganzen Gates, diese großen, sehr sehr teuer gemacht. Damit nicht alles mit Gates am Ende wieder zugebaut wird, was für Scheiße aussieht. um die Base zu schützen und so, wisst ihr? Also ein großes Steingeld kostet 5.000 Steine, 5.000 Fiber und so, ganz bewusst. So, wir sind da. Gut gefahren zu dir. Mo, komm drauf. Wir sind noch richtig zu parken. Ja. Ja, ich muss ihn noch killen. Mich hat es runtergeschlüsselt. Na ja, komm drauf. Das wird noch passend sein. Mach's so gut zu dir. Okay. Juuu. Wir sind da. So. Oh lol. Okay, ich brauch dringend was zu essen. Was hab ich noch? Ich brauch was zu trinken, ey. In dem Fall soll ich mir so schnell wie ich jetzt hier im Bett platzieren. Ja, Betten haben wir ja noch auf dem Heft. Aber ja. Ich hab auch noch ein Bett. Hat jemand eine Fahne? Ah ja, das ist ja kalt. Okay, ich mach's zur Burg oder was eine Fahne oder wo? Ja, mach hier im Wasser am besten. Das ist ja riesig dann der Bereich. Mal gucken, ob's hier. Jo, bitte. Ist das eine Burje? Bis wohin geht das jetzt? Ja, okay. Ne, bis zur Ecke von der Burg geht das nur. Dann müssen wir innen noch eine setzen. In die Burg dann. War man ein wenig frisch hier, ne? Ja, wir müssen schnell irgendwas wärmeres kräften. Vorrüstung ist ja eigentlich auch nicht so schön. Da kommen halt nur Sepp und so. Haben wir Sepp hier? Weiß ich nicht. Ja, nice. Habt ihr eben's aus? Habt ihr irgendwo Steine gefunden? Ja, oben ist gar nicht. Alter, der Spot ist aber schon ganz schön krass OP, ne? Wie sehen die aus, Sepp? Kurztab? Hm, das sind diese Bäume, die jetzt bei uns... Bäume? Ja. Alter, ist die Burg geil! Ich denke, dass sie viel noch hat, ne? Ah! Nein! Ah, ich fall runter! Auslast mir geht das denn. Auslast mir geht das einfach mal.